Ich habe heute Einzelcoaching gehabt mit Marco Polo. Wir haben gemacht Day-Game, Night-Game und das Ding ist, im Day-Game ist es halt nice, dass viel mehr drin ist, als man denkt vielleicht. Einfach die Eier in die Hose stecken und dann sein Ding machen und im Coaching ist es halt geil, dass er direktes Feedback gibt, wie gehe ich daran, was mache ich und dann läuft das auch. Einfach sein Ding machen, ein bisschen reden, nett sein mit den Frauen, dann geben sie ihre Nummern, kein Problem. Und wenn mal was nicht läuft, ist er halt immer da, hilft dir, sagt, was soll ich machen, was soll ich nicht machen und geht dann genau auf dich ein. Also fängt an mit Körpersprache, mit wie redest du mit denen, was machst du mit denen, was kannst du nicht machen, was kannst du machen und es ist halt viel mehr möglicher, als man denkt. Jetzt sind wir auch hier auf einer Party und es ist halt locker, einfach mit den Frauen zu reden und dann läuft das Ding. Nice Coaching, danke an Marco Polo für den Support und jetzt geht auch noch was, mal schauen. Nein. Danke, ich freue mich, dass wir heute aufhören. Bis zum nächsten Mal.